Muss ich mal kurz den Befehl wieder zurück machen, warte ganz kurz. Ich habe keine Lust mehr. Wir spielen hier seit halben Stunde, keine Ahnung. Und ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr und keine Geduld mehr für Deckenstuhl. Ich musste gerade was ausdrücken. Ja, wir haben es gemerkt. Fick mit, mein Juli. Ja, neben, ich habe gerade einen Laptop auf dem Schoß und sitze gerade auf der Schüssel, wisst ihr? Bist du du? Das war ein Scherz. Ich weiß. Woher denn? Bist du bei mir zu Hause mit einer Kamera? Nein, ich bin auf der... Ja, Juli hat Spycams bei mir installiert, er nimmt mich halt Stolken. Stolken? Er hat Stolken gesagt. Lass mich, mein Deutsch ist heute scheiße, okay? Das ist aber kacke. Das ist eigentlich immer scheiße. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, dann weißt du, was bei dir scheiße ist? Einfach alles. Wett nicht, wenn ich jetzt hardcore gekicke. Und da geschieht auch Grund-Permis, oder was? Okay, man sieht, er will mich nicht kicken, weil er extra einen Komma davor gesetzt hat. Ja, ich glaube, das geht doch gar nicht mit dem Grund. Also ich glaube, das geht schon, aber ich glaube, das macht man nicht so. Naja, das machen wir mit Stil. Grund. Arschkeks oder so, keine Ahnung. Hier ist ein Amboss. Warte, ich darf das nochmal ausprobieren, oder? Mike, ich habe den Amboss aber nicht dahin gesetzt. Ich wollte das nur sagen. So ein Arsch. Was steht denn jetzt? Was hast du jetzt als Nachricht gekriegt? Äh, Stahl. Päffels. Man muss einfach nur dahinter schreiben. Oh, was wolle ich denn jetzt? You spin me right round, baby, right round. Mike, Schnauze, du kannst nicht sehen. Du bist ein Päffelsüel. Ja, ich habe es. Scheiße. Geh mal wieder aus dem Survival-Modus, dann kriegst du dein Schwert wieder. Mach. Okay, ich gebe es gerade ein. Warte, erstmal. Ich will mal wissen, wie viel... Schlag mich mal. Ich will mal wissen, wie viel Herzen das... Warte, kurz. Erstmal kurz normal Apfel essen. Schlag mich mal, wie viel Herzen das zieht. Warte. Noch nicht. Äh, jetzt. Einmal bitte schlagen. Boah, das gibt's viele Lugere. Gluck, gluck, gluck. Arschkeks. Gebt mir mein scheiß Diamantschwert. Ich habe schon zwei Diamantschwert von ihm aufgesammelt. Und das, was ich in der Hand habe, ist mein Diamantschwert mit Schärfe 5. Schön, Julian. Das ist eine Errungenschaft. Man muss sich hier echt vor dir verstecken, damit man in Ruhe irgendwas bearbeiten kann. Ja, sonst killt er dich. Julian, du bist ein hässlicher Kack-Nub. Weißt du das eigentlich? Nein. Dann habe ich es dir jetzt so mitgesagt. Jetzt hat er mir auch noch die Permissions genommen. Und habe mich hier oben auf dem Arsch der Welten sitzen. Weiß was, ist das eigentlich ganz okay. Nee, Julian, haha. Ich bin jetzt nämlich schon bei den Diamantsachen. Biatsch. Wolltest du dir da einen Block abbauen, oder was? Nein, du auch nicht. Du ist... Nein, komm, wir fangen jetzt wieder an. Du kriegst wieder OP-Rechte und dein Schwert zurück. Und wir spielen ganz normal weiter. Ich habe schon zwei... Ich muss mir ja zwei cheaten. Cheaten? Boah, ich bin sogar ein Deutsch. Kriegst du jetzt schon wieder Schaden? Nein. Was soll denn das? Keine am Böse. Warte, das wirst du noch sehen. Keine am Böse. Ey, du bist so ein Kack. Ich habe schon wieder aufgesammelt, Mann. Hier, warte. Nein, nein. Das. Nein, ich bearbeite das jetzt. Ja, waren wir nicht schon da? Ich habe irgendwie keinen Bock auf Deckungssprünge. Was? Was bringt ein Adventure-Man mit dir nicht spielen? Ich schaff's einfach nicht. Das heißt also, ich muss mir ein Chip essen. Einmal sortieren, weil ich weiß nicht mehr, was ich machen will. Sag mal, ich glaube, ich schaffe die Sprünge jetzt. Probier. Julian, ich habe gerade ein Schwert rumgetaucht. Du gibst es mir aber gleich wieder, okay? Wo bist du überhaupt? Da. Okay, warte. Guck hier. Komm mal hier runter. Oder warte, bleib da stehen. Hier. Lies mal den Namen meines Schwertes. Muschinator? Äh, hä. Jetzt kriegt mir mein Schwert wieder. Warte. Nein. Der hat ihn jetzt nicht mehr als... Das ist nicht Muschinator. Gib mir mein Schwert wieder, Julian. Nein. Muschinator ist aber auch schon wieder ein Insider, ne? Alter. Oh, ja. Ey, Mike, Mike. Mike, das hättest du jetzt mal sehen. Da ist ein riesen Atompilz auf der Karte, weil irgendjemand mit einer übelsten Atomrakete einen Typ mal geschossen hat. Ich gehe in den taktischen Modus und da ist ein riesengroßer Atompilz. Ganz spontan ist die Tür aufgegangen, Julian. Ich frag mich, was passiert ist. Du, guck, ich gehe ganz normal die Treppe hoch, lalala, auf einmal hat die Tür da offen. Ja, das hatte ich auch schon öfters hier. Irgendwie ist die Map... Total crank shit, guck. Irgendwie ist die Map ein bisschen verbuggt, ne? Geht doch nicht, Spielentwickler. Das geht doch nicht. Ich mach einfach ab hier weiter jetzt. Oh ja, ptsch. Ja, ich hab's sogar geschafft. Von ohne deiner Hilfe. In welche Richtung muss ich gehen? Das war die falsche. Ganz ehrlich, Julian, ich hab dir nie meine Hilfe angeboten. Aber es ist nett, dass du's trotzdem gemacht hast. Was? Nur keine Hilfe. Ich hab dir nie Hilfe gegeben. Okay, manchmal vielleicht so kleinig. Wenigkeiten. Wenigkeiten. Boah, bin ich geil. Ey, wie ist eigentlich der Solarroboter-Wettkampf ausgefallen? Schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht. Rücksicht jetzt wie letzter. Geworben. Du, wie, warum? Weil wir schlecht waren. Ist er nicht gelaufen, oder was? Im ersten Lauf nicht. Wir standen erst mal fünf Minuten. Weil ich was falsch eingestellt habe. Das war alles meine Schuld. Gib's zu. War alles deine Schuld, dass der Roboter nicht gelaufen ist? Ja. Naja, nicht nur ganz alleine, aber mit. Ja! Alter, wie scheiße ist das denn, bitte? Und die restlichen Läufer? Im zweiten Lauf sind wir gleich. Gefahren, aber sind an einer Stelle immer rausgekommen. Und der Roboter hat uns trotzdem abgezogen, also der andere. Ich geh mal kurz. Ich hab's euch gesagt. Baut eine Autobatterie rein. Und zwei Kreissägen. Ja, dafür war die Zeit. Aber nein. Der Mike labert ja nur scheiße. Weißt du, wann wir mit diesem Roboter fertig geworden sind? Der Wettkampf war morgens um 7.50 Uhr. Ich muss hier an der Haltestelle stehen. Mit meinem Roboter bin ich fertig geworden. Den Tag davor um 8 Uhr. Abends. Nee, weiß ich. Ich hab jetzt auch morgens gedacht, du hättest so in der Schule noch fertig gebaut. Ich fall immer wieder auf die erste Leiter. Was ist denn das für ein Bullcrap? Ich geh mal dem Pluck, äh, dem Pluck, dem Pluck, dem Pluck, dem Pluck, Juh, schon wieder neues Wort, das ist ja so genial. Ich geh mal dem Druck in meinem Unterleib ein bisschen nachgeben. Das ist alles ein... Die gucken dir... Nein, nicht bewegen, ansonsten... Nein. Die müssen dir... Alles gleich schuld. Hallo, die sollen dir jetzt zugucken. Hallo, stopp. Ich bin so verkacken. Hör mal auf. Die gucken dir jetzt zu und ich bin in... ...ner Minute wieder da. Ich liebe erbrochene Äpfel. Nom, nom. Manno, ist das lecker. Hm, hm. Moritz, Communication, bitte. Ja, was denn? Ich würd gern mit dir communication. Ich bin grad hier in den wichtigen Kampf los. Komm, mach das Ding jetzt fertig. Nicht wahr, Muschinator? So heißt mein Schwert. Ich hab mit dem Schwert einen Namen gegeben. Boah, ich bin so hardcore krank. Sag mal, was bewegst du dich hier eigentlich? Nicht geschafft. Julian. So ein Hoden-Kobold. So, jetzt reicht's. Der bewegt sich hier die ganze Zeit, die Arschnazi. Ey, Mike, weißt du, was ich grad gebaut hab? Ich hab jetzt einen Schildgenerator gebaut und setz darum jetzt... ...langstreckenartillerie. Aus, besser, Julian. Und Langstreckenartillerie kann über die ganze Map schießen und schießt auf alles, was gegnerisch ist. Wie sei denn? Böde, Böde. Weil Julian da grad ein Ei legen ist, kann ich ihn grad so dermaßen freuen. Ja, das ist so blöd, der Junge, ne? Ich schwöre, das ist so dumm, das Kind. Guck, er besitzt nämlich die Blödheit. Und, ähm, Dings, und er hat, Dings, dass man das Item, die ganzen Sachen in seinem Inventar behält, fällst du natürlich nicht ein. Deswegen hab ich hier grad sein ganzes Zeug aufgehoben, weil ich ihn grad gekillt hab. Okay. Sag ihm aber bitte nix. Mach ich. Also ein Truppen, okay, das ist schon mal nicht so gut, dass er, oh nein, die haben Schildgeneratoren. Das ist jetzt ja scheiße gelaufen. Na gut, alle meine Flugzeuge kaputt waren ja auch nur fünf. Ist egal, dann baue ich halt noch ein paar Langstreckenartillerien. So, jetzt kann ich auch Atomraketen-Silo bauen und Atomraketen abschießen. Ah, läuft doch schon mal alles ziemlich gut hier. Ich bin ein Mörder, wieso? Ich glaube, ich tp mal lieber Julian zu mir. Sonst werden die, glaub ich, die ganzen Zugucker, enttäuscht. Wo ist denn der Julian? Julian! Hoppy! Der ist ein Ei legen, Mann. Jawohl, jawohl! Bravo! Ich hab hier einen Knochen. Und da ist er! Ne, warte. Sag mal, wo? Ich tp hier hier grad die ganze Zeit seinen kleinen Charakter. Aber der Spacki, der kommt einfach nicht an. Ist er da unter der Erde? Keine Sorge, ich geh mal an. Ich hau dich da raus. Ah, warte, ich kann nicht. Ah, wo ist das denn? Ich teleportier ihn gerade. Wieso bin ich tot? Also, Moritz, ich geb's zu. Jetzt überhaupt nie auf dem Server. Ah! Okay. Weißt du, wo ich bin? Weißt du, wo ich bin? Weißt du, wo ich bin? Okay, ich sag's dir. Ein Creeper ist gekommen. Und ich hatte Spaß dabei, dabei zuzugucken. Ja, genau. Jetzt guck ich einfach im Minecraft-Server. Dann kann ich sehen, wer er geconnectet hat. Du hast mich umgebracht, du Arschloch! Da steht ja nämlich, jetzt TP mich. Ich hatte nur fünfmal TP'd, aber du kommst mir nicht an, Junge. Außerdem dein ganzes Inventar. Hä, wieso kann ich mich denn nicht TP'n? Jetzt bist du hier. Nein. Sag mir mal lieber dann... Ich bin immer noch nicht bei dir. Jetzt. Nein. Wo ist denn mein ganzes Inventar? Junge, ich hab keine Ahnung, wo wir überhaupt sind. Junge! Wo ist... Wer hat... Oh, da ist eine Tonraketex. Also offensichtlich waren wir hier schon. Ja, da hier sind Kuchensprünge, das heißt, wir sind nicht so weit weg. Aber... Ich würde lieber schneller machen, weil sonst ist dein ganzes Zeug nicht weg. Ich weiß, wo wir sind. Ich find das wieder. Der ist so ein Pervis. Der fliegt hier einfach über die ganze Welt. Ich bin kein Cheater, Mann. Ich springe und laufe und springe. Ich hab's gefunden. Also ungefähr. Und hast du mal eine leichte Troll-Loll-Aktion gemerkt? Ich hab gesehen, dass du nicht offgegangen bist. Jetzt nämlich so bewegt so... Ja, das meinte ich ja. Aber ich bin dann... Warte, guck mal auf mich. Guck mal auf mich. Das umgerufen wir so mal. Ich weiß. So. So hab ich gemacht. So. Und hier hinten ist noch mehr Zeug von dir. Hier hinten. Da. Hä? Wo sind denn die Gegner? Mike, einfach mal warum. Ich wollte dich eigentlich einbuddeln. Ich buddle gleich. Wie so ein Hundenknochen. Aber du musst natürlich nicht mit den... Nach den Spielregeln spielen. Da liegt noch Zeug von mir. Wie viele Betten hab ich denn? Ich glaub, ich muss ja... Das kann sein, dass ich dir vielleicht ein paar... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.